Hi, ich bin Julian, ich bin 22 Jahre alt und mein Ausbildungsberuf ist KFZ-Mechatroniker bei BMW Baum Automobile. Ich habe mich als kleiner Junge schon immer für Autos interessiert, wollte immer wissen, wie alles im Detail funktioniert. Mit 14 habe ich dann mein erstes Praktikum in der Werkstatt gemacht und nach meinem Abitur habe ich dann die Ausbildung begonnen. Meine täglichen Aufgaben reichen von Räderwechseln über allgemeine Wartungen bis hin zu mechanischen und elektrischen Reparaturen. Ich habe mich für die Ausbildung im Handwerk entschieden, weil ich erstmal was Praktisches machen wollte. Ich wollte erstmal wissen, wovon ich rede, wenn ich nachher studiere. Besonders Spaß macht mir die Fehlersuche, egal ob elektrisch oder mechanisch. Ich finde es schön, wenn es nach meiner Arbeit wieder läuft. Wichtige Attribute sind Fingerfertigkeit und Geschick, technisches Verständnis, gerade im physikalischen und mathematischen Bereich und man sollte Lust haben, sich jeden Tag wieder die Finger schmutzig zu machen. Mein täglicher Anspruch ist, alles genau im Detail zu verstehen. Ich will wissen, wie es funktioniert und wo der Fehler liegt. Ich kann nach meiner Ausbildung Meister machen, ich kann ein Studium draufsetzen, ich kann Serviceberater oder Servicetechniker werden oder ich behalte natürlich das Werkzeug selbst in der Hand und schraube weiter in Autos.